Musik 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 Was zum... Oh Gott... AHHHHH Stirb! Ich spawn direkt und stirb. Super. Alles deine Schuld. Das kann nix gutes bedeuten. Oh Gott. Wir können einfach das klassische Deathmatch spielen. Nein! Ich bin schon auf meiner Seite. Was ist hier los? Braus, los, schieß! Stop, busier es nicht. Verdammt! Ich hab mal abgedrückt hab. Ja, haha. Tü, 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 tü. Und da... Du wärst bei mir im Team. Ich. Verdammt! Ich muss rüberkommen! Ich habe die Kanonkugel abgefangen. Ja, sehr schön. Au. Los, zerleg den Laden. Ich bin im Wasser und komme nicht raus. Ich auch nicht. Alter, ich hänge. Was zur Hölle? Alter, unser Schiff läuft ab, Käpt'n. Verdammt. Was soll das? Ich komme nicht mehr raus. Boah. Voll in die Fresse. Heute war er. Ob du ihn vernichtet? Aua. Ich habe ihn. Boah. Unser Schiff läuft ab. Ja, dreht nicht und kämpft, du Spaden. Geh doch raus. Nicht mit View. Autsch. Alter, die Kanone ist buggy. Ich kann ihn hier bedienen. Ja, hier ohne da. Toll. Was? Wir sind doch noch da. Nope. Nein. Schnell, auf das Schiff. Schnell. Nicht sinken. Nein. Nein. Auf in den Kampf, voll rü, voll rü. Wie muss ich etwas sagen? Mein Käpt'n, nur mein Käpt'n. Ich habe schon so gute Vorarbeit geleistet. Was? Was für eine Vorarbeit? Ich habe das Schiff gerammt. Du bist ein Idiot. Richtig. Nix kann er, nix kann er. Oh. Los. Neues Schiff, neues Glück. Schöne Schwäche aus, Nia, ist Wave. Es ist eine mächtige Schwäche. So. Warum, wer hat das Schiff zum Schränkern gemacht? Wer ist hier? Los, Sone, voran. Oh, ja, oh, ja. So, ab geht's. Auf in den Sieg. Ich tukere. Tuk, 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 tuk. Geben Sie mir das Schiff. Es ist ja, Sie wissen es, um Ecken schießen zu können. Ja, das weiß ich. Sehen Sie es, so geht das. Noch einmal. Das ist eigentlich gar nicht mal so doof. Wir spielen jetzt Artillerie. Ich sehe das weinige Schiff. Etwas nach rechts, Käpt'n, Sone. Ich wende nach rechts. Ich wende, ich wende. Feuer. Ich kann auch nicht. Ich wende immer weiter. Schießt da jemand. Moment. Er schießt ihn, er schießt ihn. Schieß. Feuer. Moment. Die treffen doch eh noch nicht. Das gab es aber als du. An die Kanone, Käpt'n, Sone. Feuer frei. Ich kann sowieso nicht schießen, solange du fährst. Ich hab geht raus. Echt geht das nicht mehr. Ich rutsche immer von der Kanone weg. So, das ging doch früher. Die kommen, ich dreh bei. Feuer. Schießt ihm ins Gesicht. Dadam. Ich hab was erwischt. Alter, was ist hier los? Wir haben kein Segel mehr. Hey, irgendwie. Feuer. Weiter feuern. Ich feiere. Ich feiere. Ich hab ein Loch in den Bug geschossen. Weiter. Es braucht noch viel mehr Löcher. Ich bin gerade irgendwie total. Irgendwie. Hallo. Hallo. Hängst du fest? Schieß mich mal. Moment. Das kann passieren. Ach, scheiße. Komm schon, Mast falle. Dankeschön. Mast ist es gefallen. Nein, Mast ist noch nicht gefallen. Verdammt. Falle Boot. Schnell. Du bist ja besser als Schiffle-Versenker. Nein. Nein. Bist du tot? Schnell. Ja, aber ich... Jawohl. Ja, das ist ja schwul, wenn man hängt. Mir von wegen. Doch. Stirb doch endlich. Au. Käptenzone, das werden sie mir büßen. Niemals. Der lebt da drinnen immer noch. Moment, ich muss nachladen. Weißt du was? Was haben wir denn Kanonen? Habe ich nicht erwischt. Nein. Gibt es noch nicht. Das kann doch nicht sein. Wie konnte das passieren? Oh Gott. Wem bin ich denn im Team? Oh, hallo. Dann senkt ihr fälligst. Los, Link. Ich kann doch nicht. Ich frage mich ja auch mal mit dem SDK-Kit. Und seine eigene Kader zu machen. Los, überbaut, überbaut mit ihnen. Überbaut mit ihnen. Los, verschwind. Ah, neun, neun. Feuterei, stürmen sie. Au. 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 Zilg, ich spring hinterher. Verdammt, ich kann nicht. Los. Tudududu. An die Kanonen. Geht gerade nicht. Ich muss das, ich muss das, äh, den Rumpf bearbeiten. Mein dritter Kanonierbringer an die Kanone. Es wird kanoniert. Moment. Feuer frei. Das sind's die Dröhren. Hartbeuer, äh, Steuer, Bräuer. Hartbeuersport. Feuersport. Ich verlange Feuersport. Los. Feuer, ah, hart, hart, hart Feuersport. Hartfeuersport. Reicht das so? Das reicht, das reicht. Alter, ich rutsche. Alter, das rutsche ich wieder vom Schiff runter. Stopp. So, nicht anders. Feuer frei. Los, an die Kanone. Treffer, Treffer. Geben, ne Kurskanone. Nee, ist das schlimm, ne? Ah, super, wunderschön. Ja, ich komm nicht raus. Ich hab den Mast. Ich hab den Mast. Mensch, das ist doch zum Kotzen. Ihr seid einfach unfähig. Ach, ich weiß nicht, wie hier hängt irgendwo. Warte mal. Wo bist denn du? Jetzt da bin ich wieder, es geht's wieder. Also, bei mir, bei uns kriegt das ganze Schiff rum. Guck mal, hier die Tür zappelt rum, wie blöd. Ja, ja, irgendwas ist hier ganz und gar am Arsch. Also, bei uns geht alles super, oder? Ganz und gar inkompetent. Leg mich da am Arsch, du Drecksack. Ganz und gar inkompetent. Wir müssten ein bisschen mehr nach rechts steuern. Käpt'n Sohne, ich werde jetzt hier, äh, äh, an dir steuern. Ich kann nicht mehr über den Mast springen. Ich komm gar nicht über den Mast. Genau. Ist bestimmt der Sohne, der cheatet. Ich kann nicht über den Mast springen. Oh Gott, was ist jetzt los? Ich wurde einfach wieder erschossen. Ich kann nicht mehr so treffen. Das gibt's doch nicht. Wir kommen näher, nehmen Sie die Muskete und schießen Sie sich ab. Ja, 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 ja. Die treffen nicht, die sind viel zu inkompetent und zu spastisch. In denen wir jetzt Arschloch, äh, Maul. So, verdammt, ich habe verfehlt. Du musst drehen. Schießen Sie auf den Käpt'n, schießen Sie auf den Käpt'n. Moment, auf den Käpt'n wird gleich geschossen. Moment. Los, meine piraterische Piraten-Crew. Verdammt, Stub. Los, Antikanonen, schnell. Ich kanoniere, ich kanoniere, nein. Ich wurde kanonentechnisch abgeschossen. Schnell, Antikanonen. Arschloch. Verdammt. Ui, nachladen. Aua. Schnell. Tötze, tötze. Aua. Autsch. Verdammt, der hat vom Gleichgeschosser. Scheiße. Da legt sie. So, so könnte ich nichts treffen. Au, ich auch immer, ich muss nichts treffen. Ich häng. Alle inkompetent. Ja gut, wenn er hängt, dann lass ihn hängen. Ja, ja, lass ihn versaufen, lass ihn versaufen. Mein Kopf. Ich häng das auf meinen Kopf. Was zu? Er versucht wegzufahren, das kann ich nicht zulassen. Verdammt, schnell. Ich hab verfehlt. Schieß, 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 schieß. Nachladen, 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 schnell, schnell, schnell. Kuss. Ah. Aha. Halt, du scheiß Wichse. Jo, das war ein erfolgreicher Raubzug. Oh ja, erfolgreich. Leck mich doch am Arsch. Nein. Niemand soll dich töten. Ich wollte dich gerade auch abschießen. Nein, ich bin eh weh noch. Was? Alter, du scheiße. Doch, doch, unser Schiff schaut noch relativ gut aus. Also damit könnte ich es noch auf dem Sieg abzuhören. Wichtig, ich will dich hier dauernd mit dem Rockenglitschen vom Schiff, weil du Arschloch. Da können die Nächste führen. Arr. Ja, von wegen Arr, Arr in Arsch. Arr. Wir sind erfolgreicher Piraten. Christoph, ich finde, wir sollten auch in Star Citizen Piraten sein. Wir können das einfach. Ja, das glaubst du. Ich will dir jetzt zeigen, wer was kann, du Arschloch. Ich werde dich einfach nur wegbomben. Ich werde sagen, im Trockendock werden wir die zwei richtig aufmischen. Jawohl. Ich will dir zeigen, wenn es im Dezember losgeht, wem der Arsch aufreißt, du Wichser. Ja, bei dir. Schießen sie um die Ecke. Ich schieße sie um die Ecke. Ich werde dich so aus vergewaltigen, du Drecksack. Das kannst du gar nicht. Du kannst nicht mehr buchstabieren. Das muss ich auch nicht, um dich zu töten. Verdammt. Ich gucke, ob ich so was soll. Ich bin dir eine neue Taktik an. Ja, ist stehenbleiben oder was? Ja, da, sie, warum dreht ihr euch? Weil wir es können, du dummes Arschloch. Ich artillerie dich. Den Scheißdreck tust du. Lern du erst mal Deutsch. Nein, nach rechts, nach rechts, nein, nach rechts, 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 was machst du? Ich drehe doch nach rechts. Dreh wer nach rechts? Ohne. Noch wer, noch wer. Jetzt da, noch rein. Schießen sie. Mich drückt es von der Kanone jetzt mal weg. Schießen sie. Verdammt. Feuer öffnet. Ich habe Feuer öffnet. Muss doch gehen jetzt. Schießen sie auf den Käpt'n mit der Moskete. Aua. Geht nicht. Aua, ich wurde erschossen. Verdammt. Du inkompetente Made. Komm schon. Ah, nein. Oh, oh, oh. Ich habe irgendwas getroffen auf jeden Fall. Autsch. Bäm. Voll in die Fresse. Schnell, wir müssen gegenschlagen. Das tue ich doch. Ich wollte gerade abdrücken. Au. Wasserheilbruch. Der schießt mir hier viel zu frei durch die Gegend rum. Komm schon. Alter, ich hänge. Alter, jetzt geht's wieder. Alter, wie viele Kanonenkugeln hält dein Scheiß-Mast eigentlich aus? Ah. Alle. Ah. Was ist mit uns im Schiss los? Oh Gott. Jetzt ist kein U-Bohn und kein Schiff. Weiterschießen. Nein. Oh Gott, das ist wirklich ein U-Bohn. Kaum lag das mal nicht, klappt das. Das ist unmöglich. Schnell schießen. Nein, ich muss hier raus. Oh Gott. So, einfach weggepumpt. Das ist völlig unmöglich. Das muss das sein. Jawohl, High Five. Sehr schön. High Five. High Five ins Gesicht. Hey, ich habe mit drei Kanonenkugeln den Scheiß-Mast getroffen. Das gibt's gar nicht. Das ist gar nichts getroffen. Der ist ein Mast. Du musst auf die Leute schießen. Ich will aber, dass der Mast auf die Leute drauffällt. Das hilft aber nichts. Dafür musst du zielen können. Das ist alles. So schießt alles. Ich habe dreimal getroffen, du Follower. Das ist gar nichts anscheinend. So, wer ist schon bei mir im Team? Oh Gott. Oh nein. Okay, der Sohn. Was soll der Scheiß denn? Erst zum Abmega-Dumor, bereiten Sie die Kanonen vor. Die Kanonen geladen und bereit. Der Feind wird nicht wissen, dass wir kommen. Meuterei, Meuterei. So. Gebt es hier auf. Nein. Machen wir noch. Ich kann doch nicht. Au. Was? Gebt hier die Kanone. Cap useless. Check. Ja, er ist ja useless. Er ist so useless wie er nur sein kann. War noch ein Stückchen. Ich kann noch nicht. gegensteuern, gegensteuern. Wo willst denn du hin? Ich werde uns in eine komfortable Position bringen. Komfortabel. Komfortabel. Wir werden hier gerade komfortabel auseinander geschossen, du Idioten. Ich kann nicht auf sie zielen. Das können sie jetzt wieder. Autsch. Das hat weh. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Verfolg sie weiter. Verfolg sie. Mast getroffen. Immer schön weiterschießen, immer schön weiterschießen. Los, du lässt an die Kanonen. Alter, ich bin an den Kanonen. Ich kann nicht treffen. Alter, geh nicht von der Kanone weg. Ich kann die Kanonen nicht bedienen im Moment. Sehr schöner Treffer. Volle Breitseite. Noch ein bisschen höher. Ungefähr so. Ja, ja. Ich bin schon dabei. Fast. Fast. Ach, komm schon. Sinken sie doch endlich. Nein, Sir. Sinken sie doch endlich. Kann es sein, dass wir zu weit weg sind? Ich treff'n. Ich treff' auch. Sicher? Natürlich treff' ich. Ich schieße hier einen halben Kilometer oben drüber und treffe nix. Fahr' halt ein Stück weiter, wenn sie nicht passt. Bist du Captain? Heio, so. Wow. Wir haben, glaube ich, ein bisschen Wasser im Bruch da unten. Die anderen aber auch. Sie lügen. Mr. Useless, gehen Sie an das Ganze, an die, an das Steuer. Ich kann nicht. Dann schießen Sie weiter. Komm schon. Ich hab' keine Überlebenschance. Das seh' ich. Sterb' sie. Kommt. Endlich, endlich. Nein, ich kann's doch nicht mehr treffen. Ich umso mehr. Mach' dich weg. Nein! Gluck, 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 gluck. Lalalala. Du kannst ihn nicht treffen. Sie sind Useless, Mr. Jack. Trottel, was glaubst du, woher der Name kommt? Feuer frei. Ich kann nicht schießen! Wir haben gewonnen. Hol' den von da hinten runter. Hol' den von da hinten runter. Laufen! Nachladen. Aha. Verdammt. So geht das. Schnell da oben. Ich dachte, ich serv' den mit der Kugel noch. Sehr schön. Ja, ich bin ein bisschen überübt. Siehst du, so läuft das ganz einfach. Keine Herausforderung. Nein, nein, nein. Einfach nur weggeblasen.